In Großbritannien wurde am vergangenen Sonntag der Muttertag gefeiert. Da werden auch die Royals sentimental. Prinz Charles und Herzogin Camilla posteten auf ihrem offiziellen Instagram-Account zwei Bilder. Ein Foto zeigt den Thronfolger mit seiner Mutter, Königin Elisabeth II. Die beiden posieren vor einer Parklandschaft. Wann das Foto aufgenommen wurde, wird nicht ersichtlich. Auf dem zweiten Bild sieht man Herzogin Camilla mit ihrer Mutter Rosalind Mordschandt. Rosalind verstarb bereits 1994. Zu den Fotos schreibt das Herzogspaar, Am heutigen Muttertag feiern wir alle Mütter in unserem Leben und denken an diejenigen, die den Tag nicht mit ihren Müttern verbringen können. Ob Charles damit auch seine Söhne Prinz William und Prinz Harry meint, Sie müssen den Muttertag schon zum 25. Mal ohne ihre Mutter Lady Diana verbringen. Sicherlich hat Charles am Muttertag mit seiner Mama, der Queen, gesprochen oder sie sogar besucht. Keiner weiß, wie viele Muttertage den beiden noch bleiben. Da nutzt Charles bestimmt jede Gelegenheit, um seiner Mutter nochmal Danke zu sagen. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020